Der Glaube sucht die Gewissheit im Wort Von Karl-Olof Rosenius Warum hast du keine Gewissheit? Die Menschen, die erweckt sind, aber noch keine Gewissheit haben, kann man in drei Gruppen einteilen. In die eine Gruppe gehören die, die ihr eigenes Verderben noch nicht richtig kennen und darum eine gewisse Stütze in ihrer eigenen Gerechtigkeit haben. Sie wollen sich nicht ganz entkleiden lassen. Sie haben viele Entschuldigungen und ihr Mund ist noch nicht zugestopft. Sie sind nicht ernstlich um ihre Seele bekümmert und tun nichts, um zum Frieden zu kommen. Sie begnügen sich ab und zu mit einem Strahl der Gnade. Diese müssen zu einer ernstlichen Sorge um ihre Seele kommen, sodass ihnen nichts so wichtig wird, wie ihre Seele zu gewinnen und ihrer Seligkeit gewiss zu werden. Die andere Gruppe kann zu den ernstlich Suchenden gerechnet werden. Aber sie sind in irgendeiner Lieblingssünde gefangen. Sie gehen darum ohne Frieden und kommen nicht zur Gewissheit des Glaubens. Die Liebe zu ihrer Lieblingssünde ist so groß, dass sie nicht wissen, ob sie sie wirklich loswerden wollen. Und darum schließen sie sich selbst von der Gnade aus. Wenn das Herz nicht durch den Glauben Gottes Liebe schmeckt und nicht an dem Schatz teilhat, der mehr wert ist als alles andere, dann bleiben sie unter der Sünde gefangen. Das ist ein trauriger Zustand. Hier sieht man deutlicher als sonst, dass keine menschliche Macht helfen kann. Aber der Herr kann auch solche Sklaven freimachen. Wenn sie nur fortgesetzt das Wort Gottes hören, können sie in solch große Not kommen, dass sie ganz ermatten. Die Sünde wird ihnen eine Plage. Oder Gottes Gnade wird ihnen so groß, dass die Liebe zur Sünde verschwindet. Die dritte Gruppe der Menschen, denen es schwerfällt, Frieden zu finden, sind tief erfasst von ihrer Not und ihrem Elend. Sie beten um Gnade und sehnen sich mehr danach als nach irgendetwas anderem in der Welt. Doch sie haben von Natur ein ängstliches Gemüt und neigen zu einem gesetzlichen Sinn und verschiedenen Übertreibungen. dazu kommt der Feind, weckt ihren Unglauben und gibt ihnen allerhand wunderliche Gedanken, sodass sie weder aus- noch einwissen. Sie fühlen nichts als Sünde, das Verderben des Herzens, Blindheit, Härte und Unglauben. Solche Menschen muss man in jeder Art aufmuntern. Sie haben oft mehr Glauben, als sie annehmen. Sie haben einen weinenden und kämpfenden Glauben. Schon die Sehnsucht, der Hunger, der Durst und das Rufen sind der Anfang des Glaubens. Das Verlangen der Elenden hörst du, Herr. Psalm 10, Vers 17 Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht wird nicht zu Schanden werden. Psalm 34, Vers 6 Und Jesus preist die Selig, die geistlich arm sind, die da Leid tragen, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Matthäus 5, die Verse 3 bis 6 Sie sind wie ein geknicktes Rohr und wie ein glimmender Docht, die der Herr nicht zerbrechen und auslöschen will. Sie sollen Trost empfangen. Warum? Ihre Schuld ist vergeben. Jesaja 40, Vers 2 An diese Trostworte sollen sie sich halten, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in ihren Herzen. 2. Petrus 1, Vers 19 Es ist ihr Fehler, dass sie sich zu lange bei der Sünde und dem Herzensverderben aufhalten. Es ist gut, dass sie ihres Herzensverderben, ihre Härte und ihren Unglauben erleben. Sie haben ja darum gebetet. Aber sie dürfen nicht dabei stehen bleiben. Sie müssen vom Gesetz zum Evangelium kommen, das erleuchtet und selig macht. Sie müssen von der Sünde weg auf Christus sehen. Das Erlebnis der Sünde soll sie gerade zum Gekreuzigten treiben. Da sehen sie, dass er ihre Sünde ausgelöscht, auch ihren Unglauben, ihres Herzens Härte, Blindheit und Finsternis getragen hat. Warum zweifelt man daran, dass Gott alle Sünde vergibt? Die Schuld ist doch bezahlt und Gott kann aus unverdienter Gnade vergeben. Darum muss man auf Christus sehen und nicht wieder auf sich selbst. Man soll nicht warten, bis man fromm, gerecht und würdig wird, sondern so unwürdig und gottlos kommen im Glauben an ihn, der die Gottlosen gerecht macht. Davon sagt Luther, wir bitten nicht, weil wir würdig sind, zu bitten oder Gnade zu empfangen. Aber wenn wir glauben, dass wir unwürdig sind und es nur auf die Treue Gottes hin wagen, so werden wir gerade dadurch würdig zu bitten und erhalten Gebetserhöhung. Ein solcher Mensch soll fortgesetzt fleißig die Gnadenmittel anwenden, sich auf die Zusage des Evangeliums verlassen und sein Vertrauen auf die Gnade in Christus setzen. Er soll wissen, dass Gott kein Verdienst fordert, ja, dass er nichts verlangt, sondern alles vergeben will und den selig macht, der glaubt. Kann man Gewissheit erlangen? Es steht nicht gut um einen Christen, der sich damit begnügt, in Ungewissheit über sein Verhältnis zu Gott zu leben. Entweder ist er ein schlafender Heuchler oder zumindest ein schläfriger Christ. Das liegt in der Natur der Sache. Eine Braut, der nichts daran liegt, dass der Bräutigam sie wirklich lieb hat, hat nicht die rechte Liebe. Wenn viele die Möglichkeit leugnen, Gewissheit über die Vergebung der Sünden zu haben, so ist das ein Zeichen von Unbußfertigkeit und auch ein Beispiel, wie man sich entschuldigt, man sei nicht eingebildet und hochmütig. Hiervon sagt Luther, wenn kein die falschen Heiligen dieses Bekenntnis hört, nämlich, dass ein Christ die Gewissheit der Vergebung der Sünden preist, so wird er sich bekreuzigen und sagen, ei, behüte mich Gott vor solcher Vermessenheit, dass ich sagen sollte, ich sei ein Kind Gottes. Nein, ich will mich demütigen und mich nur für einen armen Sünder erkennen und Gott wird die Demütigen ansehen. Aber die Schrift sagt, wir wissen, dass wir aus dem Tode in das Leben gekommen sind. Wir wissen, dass wir aus der Wahrheit sind. Wir wissen, dass wir aus Gott sind. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und hat uns einen Sinn dafür gegeben, dass wir erkennen den Wahrhaftigen und wir sind in dem Wahrhaftigen in seinem Sohn Jesus Christus. Hier steht, wir wissen, dass wir Gottes Kinder sind und Vergebung der Sünden und das ewige Leben haben. Darum sollen wir uns befleißigen, dass wir gründlich mit Wurzeln und allem ausrotten mögen den schädlichen Irrtum, damit die ganze Welt verführt ist, nämlich diesen Wahn, dass der Mensch nicht wissen solle, ob er in oder außer der Gnade sei. Soweit Luther. Dieser Irrtum kommt nicht daher, dass das Wort Gottes etwa dunkel sei. Das spricht deutlich davon. Dieses Missverständnis kommt aus einem unbußfertigen Herzen. Allerdings erhält man nicht immer sofort die Gewissheit, wenn man sie sucht. Dann soll man nicht verzagen. Wenn ein Mensch auch ehrlich ist und nach der Gerechtigkeit hungert und dürstet, so ist es doch ein großer Mangel in seinem Christentum, wenn er noch nicht der Gnade gewiss ist. Wohl kann er Vergebung haben, bevor er ihrer gewiss ist. Die Sünderin zu Jesu Füßen hatte auch die Vergebung, ehe Jesus zu ihr sagte, dir sind deine Sünden vergeben. Aber es steht nicht gut um einen Christen, ehe er zur Gewissheit über sein Kindes Verhältnis zu Gott gekommen ist. Denn das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Ehe ein Christ nicht diese Gewissheit hat, erhält er nie die Kraft, Gott recht zu lieben, zu danken, ihn zu preisen und für ihn zu leben. Man hat zwar dieselbe Gerechtigkeit durch einen schwachen Glauben wie durch einen starken, aber man hat nicht dieselbe Heiligung. Denn Heiligung, Kraft und Früchte des Geistes kommen immer aus des Glaubens Gewissheit und Stärke. Man achte aber auf den rechten Weg zur Erlangung der Glaubens Gewissheit. Viele versuchen sich zu erforschen, ob sie recht bekehrt sind, ob sie die richtigen geistlichen Erfahrungen haben und so weiter. Finden sie diese Kennzeichen bei sich selbst, halten sie sich für in Ordnung. Wenn man auch auf diese Weise etwas Trost findet, so ist er dennoch wankend. Und wenn man ihn am nötigsten hat, in Not und Anfechtung, dann ist er verschwunden. Denn dann findet man keine Zeichen, dass es gut steht. Außerdem ist dieser Trost ein falscher Trost, da er nicht auf Christus allein gegründet ist. Die rechte Glaubensgewissheit gründet sich allein auf das Wort von Christus. Nur des allmächtigen Gottes eigene Worte und Werke in Christus halten in Not und Tod stand. Worte, die den Gottlosen und Verlorenen betreffen. Der einzige rechte Weg zur Gewissheit ist der, Gott beim Worte zu nehmen oder dass man das nachsagt was Gott vorsagt wie einer der alten Kirchenväter es ausdrückt wie getrost und gewiss bin ich wenn ich nur nachspreche was Gott vorsagt Paulus sagt der Glaube kommt aus der Predigt der rechte Glaube und die Gewissheit entsteht wenn ich getröstet und froh in der Gnade gewiss werde durch das was Christus getan und was Gott zugesagt hat und diesen Trost erhalte ich nicht dadurch dass ich mich zu glauben für würdig halte sondern während ich noch so viele Mängel bei mir fühle dass ich nicht zu glauben wage der verlorene Sohn war noch ferne von dannen als ihn sein Vater mit Gnade und Vergebung überraschte erst wenn man Trost in Christus gefunden hat durch das Wort kann man auch die Wirkungen und Eigenschaften des des Glaubens bei sich finden wie Johannes es sagt wer da glaubt an den Sohn Gottes der hat solches Zeugnis in ihm erst Johannes 5 Vers 10 aber die erste und eigentliche Glaubensgewissheit muss immer durch das Wort entstehen vor allen Eigenschaften und Früchten des Glaubens Wir führen jetzt einige Gedanken von Bogatz Er schreibt etwa so Ich sage nicht daß der der noch keine Gewissheit hat unbußfertig und ohne Glauben ist dann würde ich manche ängstliche Seele noch unruhiger machen eins aber ist sicher ist man in Seelennot dann sucht man in vollem Ernst nach Gewissheit Es gibt nichts in der ganzen Welt wonach man sich so sehnt als nach Gnade und Vergebung der Sünden Man will lieber alles verlieren als in Ungewissheit weiterzuleben Wer keinen Frieden hat und auch nicht danach trachtet ist nicht ernstlich reumütig Es steht um einen solchen nicht gut Wer sich aber nicht zu Frieden geben kann ehe er Frieden in Christi Wunden gefunden hat und mit Gewissheit weiß dass er Vergebung der Sünden hat der wird sicher finden was er sucht Hier gilt auch wer da bittet der empfängt und wer da sucht der findet und wer da anklopft dem wird aufgetan Matthäus 7 Vers 8 Die Gewissheit hat ihren Grund im Wort Ein Gnadesuchender Sünder weiß dass er keinen falschen Trost sucht und die Gnade nicht missbrauchen will Er sagt von Herzen Nein zur Sünde Darum kann er auch gewiss sein dass er Gnade und Vergebung hat Gott hat mit einem Eid Christus zum Hohen Priester eingesetzt damit hat er auch mit einem Eid das ganze Versöhnungswerk Christi bestätigt und gesagt so war ich lebe ist mein Sohn ein ewiger und vollkommener hoher Priester so war ich lebe sollen alle durch ihn versöhnt und ihre Schuld mit seinem Blut bezahlt werden so war ich lebe sollen alle die sich bekehren und glauben die Vergebung der Sünden in seinem Namen haben wer umkehrt kann dank Gottes eigenen Eides gewiss sein und sagen so war Gott lebt habe ich durch Christus teil an der Versöhnung und bin vollkommen gerecht und selig denn Gott hat es nicht nur gesagt sondern mit einem Eid bekräftigt Gott bricht seinen Eid nicht wenn ich ihn allein in Jesus Christus suche brauche ich nicht zu zweifeln oder ungewiss zu sein ebenso wenig wie ich daran zweifle dass er seinen Eid hält Johannes sagt wir wissen dass wir aus dem Tode in das Leben gekommen sind der Gläubige ist mit Christus vereinigt und da kann ihn kein Urteil fällen denn auf Christus liegt keine Sünde mehr er ist im Himmel ohne Sünde und der Gläubige der in ihm ist ist auch ohne Sünde oder wird von Gott angesehen als wäre er ohne Sünde ist die Sünde vergeben kann kein Gesetz ihn mehr anklagen wenn kein Gesetz anklagt dann hat er ein vollkommen gutes Gewissen sein Gewissen weiß von keiner Sünde die ihn verurteilen kann denn er sieht dass alle Sünden auf Christus gelegt wurden ja er weiß dass Gott ihn ansieht als wäre er selbst ans Kreuz geschlagen selbst begraben worden und seine Sünden mit ihm selbst von den Toten mit Christus auferstanden von allen seinen Sünden freigesprochen und schon in ein himmlisches Wesen verwandelt da muss er ja Gewissheit über die Vergebung der Sünden haben in Christus ist er ohne Sünde frei von dem Fluch des Gesetzes und von den Anklagen eines bösen Gewissens Das Gewissen der Gläubigen ist wie Luther sagt Christi Brautkammer da wohnt allein der Bräutigam das Gesetz kann wohl die sündige Natur angreifen das soll es sogar aber in das Gewissen soll kein Gesetz mit seinem Urteilen und Drohungen kommen doch oft wenden wir das Gesetz nicht an gegen unsere sündige Natur das Fleisch sondern tun wonach uns gelüstet dagegen lassen wir das Gesetz in unser Gewissen hineinkommen wo es nicht hingehört auf diese Weise führt es uns in Furcht und Knechtschaft so kehren wir das unterste zu oberst wir sind frei da wo wir nicht frei sein sollten nämlich in Hinsicht auf unsere sündige Natur das führt unfehlbar dazu dass wir gebunden werden wo wir nicht gebunden sein sollten nämlich in unserem Gewissen bald haben wir dann einen Geist der Knechtschaft bekommen so dass wir uns wieder fürchten darum gilt die Regel das Gesetz soll unser Fleisch züchtigen und binden unseren alten Menschen aber es hat kein Recht unser Gewissen zu binden wenn es unser Kindschaftsverhältnis zu Gott gilt dann soll das Gesetz kein Stimmrecht haben das einzige was hier gilt ist die Tatsache dass Christus für uns starb als wir noch Sünder waren und der Grund unseres Kindesrechts bei Gott ist Christi Werk auf Golgatha dies wirklich zu bedenken ist der Weg zur Gewissheit der Vergebung der Sünden Sünden